Und jetzt geht es weiter mit dem 28. Teil. Ich bin jetzt hier gerade am Erkunden der Welt. Übrigens von Holzarten, die ich noch nicht habe, sind nur Akazienholz und Schwarzeichenholz. Ich glaube, ich werde diesmal mehrere Akazienholz am Stück dann jetzt weggehen. Weil ich ja jetzt einen Kompass dabei habe, der führt mich ja in der Nähe meines Hauses zurück. Und die Ebene direkt neben meinem Haus. Jetzt erstmal hier die Erkunden, die Welt. Und jetzt mal schön weiter durch ein Giertensalz. Ja, das ist jetzt Mittag. Aber ich bin immer noch nicht auf einem Dorf, geschweige denn ein Tempel ist los. Also, ich will ja unbedingt nach Dörfern leben. Dann würde ich mir die Koordinaten dann sozusagen merken. Dass ich da vielleicht immer mal eine Schienenstrecke da hinten legen kann. Das heißt, weil der jetzt, wo ich jetzt schon bin, sehr weit ist. Ach, ich bin verletzt. Hier ist ein sumpfiges Gebiet. Nicht sumpfig alles. Also hier ist wieder ein Sumpf. Sprinten mal, da geht's ein bisschen schneller. Oh, da ist eine Ebene. Da könnten vielleicht ein paar Dörfer sein. Oder ein oder zwei Dörfer. Das sind dann Savanne-Ebenen und Wüsten können die erscheinen. Und hier ist eine Ebene. Und der Wasser. Wenn man hier auch vielleicht ein FSC-Dörfer auftaucht. Dann ist wieder ein Salz. Hier sind ein paar Pferde. Aber ich will ja noch MPC-Dörfern ausharfen halten. Das ist schon mit mir, ist schon relativ ein FSC zu Hause. Ich bin ja auch mal sinnvoll, wenn ich das mal entlohnen würde. Hinten geht die Ebene noch weiter. Und hier ist eine Höhle. Oh, Kohle. Da ist mein Sonny Fall zwei Stückchen mit. Oh, Lavasee. Hmm. Aber immer noch kein Dorf hier in Sicht. Jetzt müsste man langsam Zeit sein, mal hier in dem Let's Play ein Dorf zu finden oder einen Diamanten brauche ich auch mal. Wir hätten schon wieder einen Sumpf für die. Zombie? Wo sie scheint ein Dungeon zu sein? Jetzt kommt sie schon dort. Zombie Geräusche kommen hier her. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Oder war das anscheinend nur... Scheint kein Dungeon zu sein. Hier ist doch kein... Hier ist doch kein Dungeon. Da ist hier schon verschätzt. Hier ist doch kein Dungeon jetzt. Das ist ein Irrtum. Ich dachte nur wegen den vielen Zombies hier unten. Ich muss jetzt erstmal weiter auf den Weg machen. Hier ist schon wieder Nacht. Da ist der erste Tag ja schon rum. der Erkundungstour. Dann muss man das Bett aufschlagen. Und schlafen gehen. Weg damit. Und jetzt die Hoffnung nicht zu sterben. Dann finde ich das hier gar nicht wieder. Dann fährt man schneller rein. schon wieder ein Sumpf. Hier ist schon wieder ein Sumpf. Hier kommt ein Pichtenwald ohne Schnee. Was ist das denn hier? Sonnenblume, ach da sind die Flüge, die Sunflowerplanes hier. Ah, da gibt es hier schon wieder ein Sumpfgericht. Ich will ja kurz kein Dorf existieren. Oh, eigentlich wird es mal dringend Zeit, mal ein Dorf zu finden. Das geht weiter. Ich will einfach 5 Tarz, will ich damit verbringen, dass ich meinen Erkundungsturz machen. Das ist jetzt der erste. Oder 3 Tarz, das ist jetzt der erste. Also weit und breit nichts in Sicht. Ein Dorf. Jetzt bin ich hier in einer Taiga. Eins einer Taiga ohne Schnee. Also hier sind die Bichtenwälder. Wo ich hier dann zurück in mein Essen ausgehe. Spätestens dann. Hier kommt wieder ein Wald. Hier ist erstmal wieder Extreme Hills. Eine Steinoberfläche. Hier ist jetzt wieder ein Wald. Und hier ist das Billett. Das ist immer noch kein Dorf im Gesicht. Ein Dorf. Ja, hier geht's schon wieder von der Ebene hinaus. Das scheint keine große Ebene zu sein dieses Mal. Weil er denn schon wieder Wald sich aufbaut. Und dann geht's noch weiter. Dann steht die Hoffnung noch mal später. Hier ist eine Höhle. Ah, va. Aber es scheint hier wirklich kein Dock in mehrerer Umgebung zu sein. Ich muss jetzt schon ein bisschen weiter weg sein von der Pause. Aber hier sind noch einige gute Voraussetzungen. Hier gibt es die Ebene anscheinend doch größer, als ich dachte. Oh, da hinten ist ein Dschungel. Das Dschungelholz kann ich auch gerne holen. Hier geht die Ebene ja noch ein bisschen weiter. Oh, da ist Wald. Das heißt, da hinten geht es nicht weiter. Also muss ich hier erstmal das Dschungelholz holen. Bauen wir mal ab. Das könnte relativ Dschungel hier zu sein. Dann werde ich hier jetzt mal eine Axt machen müssen. Weil ich jetzt gerade keine habe. Eine Axt aus Stein. Jetzt fangen wir jetzt damit. Das Dschungelholz an die Baume, die decken irgendwie auch ein bisschen. Dschungelholz an die Baume, die da hinten. Das könnte hier ein bisschen Dschungelholz holen. Das könnte bei meiner kommen. Ja, zwei stück habe ich jetzt, Tropenbaum setzlegen. Wo bin ich denn jetzt schon? 100.300 und 1.800. Das ist aber auch ein wirklich gigantischer Dschungel. Und hier ist eine Melone. Zack, da sind Melonen. Hier ist auch Fakau-Bohnen. Hier ist auch Fakau. Ein schöner Dschungel. Und Kakao auch mitnehmen. Wie man hier schon isst. Ich glaube, die kann man auch mit der Akte abbauen, diese Melonen. Da steht nur noch eine. Es wird ein paar mehr gegeben. Es fehlt mir ja nur noch das Akte. Das sind noch mehr Melonen. So, normal geht es so. Die Axt geht so. Also die Axt baut so schnell ab. Jetzt habe ich auch mit Nahrung. Da räumen wir halt auf Stück. Das reicht doch. Da steht ja immerhin was. Die Axt. Ich bin jetzt aber auch ziemlich weit weg zum Spawn. Der Axt. Ich will aber eigentlich noch einen zweiten Tropenbaum abholzen. Ich bin jetzt noch ein paar mehr. Ja. Dieser Tropenbaum. Ich habe hier Setzlinge fallen gelassen, anscheinend wird hier echt. Ich muss noch mal Setzlinge fallen gelassen. Da liegt da einer. Oh, da hätten die Fackel los ab. Da hätten schon ein Lavasetz geschehen. Ganz interessant hier die Welt. Sand und Kies. Und hier ist ein Wald. Ein Birkenwald. Hier ist ein Dschungel. Da kommt dieser Birkenwald. Da hinten noch weiter zu einer nächsten Ebene. Unter Wasser an einen Fluss. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ich muss gleich wieder schlafen gelegen. Wo brennt denn hier alles? Wo brennt hier alles? Ah, Lava. Ja, das ist nicht klar. Das ist nicht klar beim Lava-Sitz. Na, Knochen habe ich leider keine überweist. Hier sind Wölfe. Aber ich bin ja auch eher nicht auf Wolfsuche gegangen, sondern auf Dorf-Suche. 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 Da haben wir noch keine gefunden. Das ist ja noch nicht erfolgreich gewesen wie der Dorf-Suche. Jetzt ist schon der zweite Tag zu Ende. hier schlafen die richtung weiter vielleicht bin ich doch mal hier ist wieder ein wirkensalz Hier laufen ein paar Hühner rum. Hier laufen ein dichtes Waldes. Wird schon was ganz normales hier oben. Jetzt schon wieder 20 Minuten Aufnahmen. Also der ist Part 28 auch schon wieder vorbei. Einfach nur hier über die nächste Erkundungspart gewesen. Im nächsten Part laufen noch irgendwo hin und dann gehe ich wieder nach Hause. Dann liken und abonnieren motiviert mich und absteilen macht mich bekannter. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao.